Als nächstes werden die Worte vom Bundesaufsitzenden der Partei, die Partei, Mitglied des Europaparlaments, Eure Exzellenz Martin Sonneborn. Guten Tag hier in Dings, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin hier, weil ich ein tolles Täschchen habe, mein Redenschreiber ist auch da, wie ich gerade feststelle, weil ich ein neues Buch geschrieben habe. Das heißt, 20 Jahre Krawall für Deutschland ist im Rowold Verlag erschienen und wird gerade hier auf einer Leseveranstaltung im Täubchental beworben. Da wurde ich rausgezerrt aus einer relativ seriösen Umgebung von ein paar Leuten in grauen Anzügen, für deren Existenz ich wohl irgendwie mitverantwortlich bin. Die haben mir gesagt, dass es hier eine Menge verwirrtes Volk gibt, hier in Dings im Zentrum von Sachsen. Sachsen, man hört es an ihrer Sprache. Was rufen Sie? Bier trinkt das Volk! Bier trinkt das Volk! Und Schnaps! Bier trinkt das Volk! Und Schnaps! Bier trinkt das Volk! Und Schnaps! Und Schnaps! Gut, ich freue mich, dass Sie alle politisches Interesse zeigen. Ich weiß, dass es hier langsam zu kalt wird, um sich im Vorgarten neben seinen zwei Mittelklasse-Kleinwagen beim Grillen und beim Tomatenpflanzen die Zeit zu vertreiben. Und dass deshalb jetzt wieder Demonstrationen stattfinden hier in dieser Stadt. Übrigens relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch sowas gibt. Aber ich bin natürlich hoch beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, was lustiger ist, das Original oder die echte Legida-Demonstration. Deswegen wollte ich mir beide angucken und hinterher Haltungsnoten vergeben. Ich bin aber auch hier. Ich bin Spitzenpolitiker, das wissen einige von Ihnen. Ich bin aus dem Europaparlament und ich suche immer gern den Kontakt zum einfachen Volk, zum kleinen Mann und auch zum kleinen Biertrinker. Und wenn Sie Fragen haben, ich habe Rederecht im Parlament in Straßburg. Ich kann dort eine sogenannte One-Minute-Speech halten und alle Ihre Probleme mitnehmen. Und den Politikern dort, meinen geschätzten Kollegen, mal sagen, was Sie hier so denken, wenn Sie denken. Freital bombardieren! Weiter bombardieren? Freital! 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 Ist jemand aus Freital da? Die sind alle sechs bombardieren! Frau, 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 Herr! Nein, also ich muss dazu sagen, dass wir einen, wir möchten im nächsten Frühjahr einen Bundesparteitag der Partei DiePartei durchführen, deren Bundesvorsitzender ich bin. Und wir haben überlegt, das in Heidenau oder Freital zu machen. Deswegen, ich hätte ein Dutzend anderer sächsischer Orte nennen können. Angefangen von Elend bis Oberhässlich. Ihr seid oberhässlich! Ich weiß. Aber ihr seid auch elend. Das ist von Sachsen-Anhalt! Nein, von Sachsen-Anhalt möchte ich gar nicht reden. Nein, deswegen möchte ich darum bitten, dass keine größeren Flächen frei bombardiert werden im Moment. Wir interessieren uns für stehende Gebäude, in denen man dann auch Bundesparteitage veranstalten kann. So, aber ich bin hier kurz, ich muss zur Lesung gleich nach Täubchenteil. Ich habe zehn Minuten und ich möchte den Dialog mit Ihnen eröffnen, so Sie des Redens mächtig sind. Gibt es Fragen, die Sie haben? Ich bin der einzige Spitzenpolitiker, schätze ich, der... Muss man das noch sagen? Warum wollte ich das? Moment, 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 wir machen das anders. Erstens, wenn Sie eine Frage haben, heben Sie die Hand und ich nehme Sie dann dran. Und es wäre nett, gibt es Studenten unter Ihnen? Nein. Wenig. Ah, Studenten, sehr gut. Wenn ein Student eine Frage stellt, dann möchte er Sie bitte mit den Worten Herr Magister beginnen. Ich habe ein abgeschossenes Hochschulstudium, das mir noch nie irgendwas gebracht hat und bei solchen Gelegenheiten nutze ich das gerne. Und wenn ein Bürger oder ein, wie nennt man die Leute hier? Pöbel! Ein Pöbel eine Frage stellt, dann würde ich bitten, dass er die Frage mit Eure Exzellenz beginnt. Und das ist die Formel, mit der mich kürzlich der iranische Botschafter angeschrieben hat und ich habe Gefallen gefunden daran. Wenn es technische Schwierigkeiten gibt, wenn ich was nicht verstehe oder wenn Sie mich nicht verstehen, auch für mich ist das ungewohnt. Normalerweise wird alles, was ich in ein Mikrofon sage, in die 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Das ist hier eine etwas ungewohnte Situation. Und auch das Typen wie Sie, so nah an mich herantürfen, ist eigentlich in Straßburg und Brüssel jetzt ein bisschen absurd, diese Vorstellung. Nun gut, gibt es Fragen hier heute in Dings? Da kommt eine Frage, bitteschön. Eure Exzellenz, warum eigentlich nicht? Ich bedanke mich. Strom aus, Fall! Strom aus! Eins. Vielen Dank. Interessant, man muss da oben reinsprechen. Ich bedanke mich für diese Frage, die ich schon wieder vergessen habe. Ich kann aber auch eine andere beantworten. Gibt es eine zweite Frage hier? Da kommt eine Frage. Ja, aber gestern dürfen wir ein Foto mit Ihnen machen. Ich bedanke mich für diese Frage. Ich habe vorhin 10 Euro dafür bezahlt, dass sie gestellt wird. Natürlich dürfen Sie ein Foto mit mir machen. Ich bin ein Politiker zum Anfassen und Fotografieren. Ich bin volksnah. Und ich werde immer gefragt im Europäischen Parlament, ob ich mir Gedanken um meine Wiederwahl mache. Das fand ich eine relativ interessante Frage. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, ob ich diese fünf Jahre... Gibt es jemanden, der mich gewählt hat hier? Vielen Dank, Sie haben mir diesen Scheiß eingebrockt. Ich sitze im Europaparlament in relativ unseriöser Umgebung. Muss ich dazu sagen, es ist unseriöser als hier. Ich sitze unter den Fraktionslosen dort, unter dem Abschaum des Parlamentes. Und als ich da reinkam, war ich etwas geschockt. Auf der rechten Seite saß ein unrasierter Immobilienmakler und Rechtsanwalt von der AfD, eine in beiden Teilen des Landes bekannte Partei, Markus Pretzel, der Mann, der den Sturz von Lucke herbeigeführt hat, mit. Und links von mir saß die FPÖ, eine rechtsradikale Gesellschaft aus Österreich, so Steier-Merker-Burschen-Schaftler. Und links vor mir saß Marine Le Pen, ebenfalls umras wird. Ich sitze gerade hier dran. Ich habe zum Glück Stahlkappen in den Schuhen. Links hinter mir saß Udo Vogt von der NPD. Ich weiß, dass die Partei hier geschätzt wird, die NPD, aber ich mochte ihn nicht oder ich mag ihn nicht. Wir trafen uns bisher ausschließlich vor Gericht. Ich hatte eigentlich in der Verwaltung gesagt, dass ich gerne hinter Udo Vogt sitzen möchte. Ich hatte den irren Plan, so eine Gummizwille mitzunehmen. So ein Gummi und dann so eine Busfahrkarte. Ich weiß nicht, ob ihr das heute noch macht. Wir haben das in der Schule früher gemacht. So eine Busfahrkarte viermal. Gibt es noch Busfahrscheine? Ich habe jetzt Limousinen-Service und sowas. Ich habe etwas abgehoben. Also wir haben früher so eine Busfahrkarte viermal gefaltet, auf einen Gummi gezogen und dann so zack. Ich wollte es Udo Vogt auf den dicken Hals wämsen. Und dachte, dass Udo Vogt dann so, ah! Und dann Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, kann kein SCH sprechen, Martin Schulz. Deswegen kommt es immer wieder zu reden wie historischer Moment, zynische Situation. Und kürzlich hatte ein Praktikant, der in einem Ausschuss war, Martin Schulz, tatsächlich das Wort Männchen verachtend, sage, hören. Ich nehme an, dass es sich um kleine Männchen in der Politik handelte. Bernd Lucke oder solche Leute. Also jedenfalls, dass Udo Vogt dann so, ah! Aufschreit und dann Martin Schulz vorne einen Ordnungswurf und Udo Schulz dann Geld bezahlen muss. Hat leider nicht funktioniert. Jetzt sitzt hinter mir Udo Schulz, äh Quatsch. Und Udo Vogt und fotografiert mich, wenn ich mal zu spät zu Abstimmungen komme. Ich komme sehr selten zu Abstimmungen, pünktlich. Ich kann dazu, ich sehe viele perspektivlose Jugendliche hier auch, sehe ich gerade. Also ich kann ihn mal, ja, dich meint ich. Und, also ich kann den Beruf des EU-Parlamentariers uneingeschränkt empfehlen. Man verdient sehr viel Geld, das sage ich im Osten immer sehr gerne. Einfach um den Neidfaktor ein bisschen hochzutreiben. Ich muss im Monat 33.000 Euro ausgeben. Das ist schwer. Ich kann das nicht, es ist nicht einfach. Ich kann es leider nicht komplett selbst einstecken, sondern, Sie können mir helfen, ja. Ich kann es mir leider nicht komplett selber einstecken, sondern ich muss noch ein paar Büroleiter und depressive Redenschreiber und sowas davon durchziehen. Faxpapier fürs Büro, Kaffeepulver, Sternburg, Pils, all sowas. Sie kennen das. Und deswegen sprechen wir in der Partei auch bei diesem Job von Hartz 33. Also Sie bekommen eine relativ unglaubliche Geldsumme, werden dafür aber auch vom Amt gegängelt. Ich muss mich zum Beispiel jeden Tag in einem Anwesenheitsbuch eintragen, weil ich sonst zusätzliche Tagegelder nicht erhalten würde. Also es ist eine gute Dotation auf jeden Fall dieses Berufs. Und jetzt wird die nächste Frage kommen, muss man da viel arbeiten? Es geht so. Also die Woche, in der ich das exakt beziffern kann, was ich gearbeitet habe, das war eine Woche, da weiß ich es ganz genau, da waren es 120 Sekunden in der Woche. Das war bei der Befragung von zwei designierten EU-Kommissaren, Navracic und Oettinger, da habe ich jeweils 60 Sekunden denen eine Frage stellen dürfen. Ich hätte sogar gerne noch länger gearbeitet in dieser Woche, aber man hat mir das Mikrofon abgedreht nach den 60 Sekunden. Und Sie können das im Internet übrigens auch gerne nachsehen, was da passiert ist. Also es ist ein super Job, ich kann das nur empfehlen. Und abschließend, es gibt bestimmt noch andere Leute, die hier reden möchten, und ich muss auch in das verfickte Täubchental. Abschließend kann ich Ihnen nur sagen, überlegen Sie mal, ob Sie nicht Lust haben, zur Partei zu kommen, Verantwortung zu übernehmen für dieses verkommene... Sie sind dabei, das freut mich. Aber es sind ja noch andere nicht dabei. Es sind immer noch Leute nicht dabei. Das macht mir Sorge, in diesem verkommenen Landstrich. Überlegen Sie, ob Sie Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Überlegen Sie, ob Sie Lust haben, einzutreten. Es gibt noch niedrige Mitgliedsnummern in der Partei, derzeit um 20.000. Eine niedrige Mitgliedsnummer kann Ihnen später berufliche Vorteile verschaffen. Das Ganze kann zwölf Jahre später auch nach hinten losgehen. Wir wissen das nicht, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie mal drüber nachdenken. Tschüss, gute Nacht und auf Wiedersehen, hier in Wings. Bevor wir uns verabziehen, wird Martin Sonneborn, erst- und einmalig, willst du das sagen? Sehr geehrter Herr Exzellenz, feierlich möchte ich Ihnen den Sonneborn-Orden überreichen. Er ist angelegt an den Karl-Marx-Orden, der höchst dotierte Ehren-Orden in der damaligen DDR. Dieser ist zu Ehren der 50. Wiederkehr, der Geburt Eurer Exzellenz gestiftet und soll Ihr Leben und Wirken des größten Sohnes und bedeutendsten Wissenschaftlers des deutschen Volkes auf ewige Zeiten verewigen. Dieser ist aus der VEB-Orden-Manufaktur Leipzig und wie damals in der DDR üblich, auch für die Ewigkeit gemacht wie unsere Autos aus Pappe. Er befindet sich in dieser selbst durch meine Tochter gestalteten Schatulle. Bier trinkt das Volk! Nicht mehr ablegen! Martin Sonneborn, der Leber! Martin Sonneborn, der Leber!